Heute zeige ich dir, wie du schnell und einfach ein Comdirect-Depot eröffnen kannst. Dazu habe ich dir die aktuellste Neukunden- und Prämienaktion wie immer unter diesem Video in der Infobox verlinkt und dementsprechend starten wir direkt hier auf der Startseite. Jetzt Depot eröffnen und schon beginnt ein Vier-Schritte-Plan. Das heißt, du hast im ersten Schritt die Angaben, die allgemeinen, also deine persönlichen Daten, die du preisgeben musst und dann die Bestätigung, wo du das Ganze nochmal überprüfst und dann natürlich deine Identität bestätigen musst. Entweder über das Video-Ident-Verfahren oder das sogenannte Post-Ident-Verfahren, da kommen wir gleich dazu und bekommst dann deine Zugangsdaten relativ schnell, um deine ersten Trades durchzuführen. Kommen wir jetzt erstmal zu dem Punkt Angaben. Du siehst, ich habe das Ganze schon mal vorab ausgefüllt. Das ist also hier deine ganz normalen persönlichen Daten, wo du wohnst, wie du heißt und natürlich auch deine normale Adresse mit Handynummer. Dann natürlich auch wichtig, deine E-Mail-Adresse, um einfach auch Nachrichten von Kommen Direkt zu bekommen. Berufsstatus, natürlich sind wir alle Privatiers. Das heißt, da gibst du deinen aktuellen Job ein. Auch deine steuerlichen Daten sind hier schon mal interessant. Also deine Steuer-ID ist jetzt hier nur optional. Die kannst du auch später noch einreichen, wenn du beispielsweise steuerlich dort auch, sage ich mal, Freibeträge beispielsweise einreichen möchtest oder die Quellensteuer dir zurückholen möchtest. Aber das kannst du erstmal hier freilassen. Dann kommt auch hier der Punkt, hast du schon Wertpapierkenntnisse? Ich habe jetzt hier mal der Einfachhalber Nein angekreuzt. Wenn du allerdings hier sagst, du hast Erfahrung, dann wirst du gefragt, in welchen Bereichen. Das heißt, wenn du hier Ja ankreuzt, dann kommen sämtliche Möglichkeiten, wie du Investitionen tätigen konntest. Also Geldmarktfonds, Anleihen, Rentenfonds oder gemischte Fonds. Und hier kannst du dann immer wieder auch zwischen einer Skala von 1 bis 4 oder eben unter 10 kannst du beispielsweise die Trades durchgehen, die du bereits in diesen Bereichen getätigt hast. Dementsprechend, wir lassen das Ganze jetzt mal auf Nein und kommen zum nächsten Punkt. Das ist nämlich auch nochmal ein sogenanntes Referenzkonto. Und hier könnte man erstmal etwas verdutzt sein. Was ist damit gemeint? Das ist normalerweise dein normales Girokonto. Jeder hat ja von uns ein normales Bankkonto. Das heißt, hier gibst du einfach dein normales Verrechnungskonto an, weil das ist nicht dein Depotkonto, sondern du kannst beispielsweise bei der Deutschen Bank ein Girokonto haben, was du hier eingibst. Und von diesem Konto kannst du dann beispielsweise auch auf dein Depotverrechnungskonto Gelder übertragen, um damit dann Aktien zu kaufen. Dementsprechend geht es dann hier mit dem Punkt weiter in die Bestätigungsphase. Das heißt, hier liest du dir natürlich alles nochmal durch. Preis-Leistungs-Verzeichnis und natürlich die allgemeinen Beschäftsbedingungen. Die musst du dir sogar hier auch anzeigen und herunterladen. Sonst geht es nicht weiter. Das Ganze auch mit Datenschutzhinweisen und allgemeinen Informationen. Und natürlich gehst du hier auch nochmal die Punkte durch, dass du in deinem eigenen Namen handelst, keine Geldwäsche betreibst. Kannst dann hier auch noch einkreuzen oder ankreuzen, ob du Werbung beispielsweise wünschst, ob dich Comdirect auch anrufen darf. Das ist natürlich eher sinnvoll, wenn es da irgendwelche Probleme geben sollte. Und ob du beispielsweise hier auch deine E-Mail von Comdirect nutzen lassen möchtest. Dann gehst du auf Antrag senden und schon kommst du in den nächsten Punkt, nämlich die Identität, die du bestätigen musst. Und hier gibt es zwei Möglichkeiten. Wenn du über eine Webcam verfügst, was ja jeder Laptop oder PC haben sollte, dann kannst du mit deinem Personalausweis das sogenannte Video-Ident-Verfahren nutzen. Das heißt, das dauert circa fünf Minuten. Dort lockt sich ein Comdirect-Mitarbeiter, der schickt dir einen Link, wo du dich sozusagen einem Meetingraum anschließen kannst. Und dort zeigst du deinen Personalausweis vor der Rückseite und bestätigst, dass du du bist. Oder es gibt auch noch das sogenannte Post-Ident-Verfahren. Das funktioniert so, dass du einen Coupon von der Comdirect zugeschickt bekommst. Und diesen Coupon oder dieses Formular, das gibst du bei deiner nächsten Postfiliale ab mit Personalausweis, den du vorzeigst. Und die senden das dann zurück an die Comdirect und bestätigen, dass du auch wirklich du bist und das Konto rechtswirksam eröffnen kannst. Und schon, wenn dieser Schritt erledigt ist, bekommst du deine Zugangsdaten und kannst dich bei Comdirect anmelden und deine ersten Trades durchführen. So einfach geht das, ein Comdirect-Depot zu eröffnen. Wenn du Fragen hast, gerne mal in die Kommentare schreiben. Und dementsprechend sehen wir uns hier bei einem weiteren Video auf dem Erfolgskanal.